Ja, wunderschönen guten Morgen. Diese Woche war leider nicht viel los, aber wir haben natürlich für die Pokémon Junkies ganz neue Ware. Einmal diesen wunderschönen Frühstückskoffer hier, ist von dem neuen Set halt auch, also von Kampfstiele. Da haben wir auch noch ein Display gekriegt, komplett. Dann haben wir von Magic die Zeitspirale gekriegt, auch super selten, ist auch das letzte dann. Dann haben wir einen neuen Titel zum Spielen gekriegt für Xbox One, Outriders. Das kommt allerdings auch für PS4 und PS5 dann noch nach. So, und dann haben wir von Altraverse noch ein paar neue Sachen gekriegt, die seht ihr ja halt hier an. Hier ist Full Metal Alchemist zum Beispiel. Goblin Slayer ist da, Made in Abyss, also die bekannten Titel. Lieb mich noch, bevor du stirbst. Ja, andersrum wäre ja auch ein bisschen blöd. Hier haben wir noch Schatten der Vergangenheit. Ja, viele neue tolle Sachen. Wie gesagt, los ist im Moment natürlich leider nicht viel. Wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit, aber wir hoffen natürlich, dass sich das bald ändert. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns anruft und ein bisschen was von den Sachen haben wollt. Ja, soweit erstmal vielen Dank.